. Damit du ein bisschen Druck hast. Ja, der macht mir den Druck. Auch wieder direkt, gell? Aber du schätzt echt nicht schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vollkickbox. Wir sind wieder beim FC Bayern und haben das FCB-Eigengewächs dabei. Meritan Schabani, der Name ist nicht so leicht, aber ich hab ihn drauf. Karol ist ein Tor. Er wirft drei Bälle flach aus. Aus verschiedenen Distanzen müssen wir direkt abschließen. Dann kommt ein hoher Ball. Brustannahme, Oberschenkelannahme, Volley-Schuss. Am besten ins Tor. Und der Fünfte ist ein 1 gegen 1 gegen Karol. Wer am besten abschneidet, der gewinnt das Ganze wieder. Wirst du anfangen oder soll ich anfangen? Oder machen wir schnick schnack schnack schnack. Soll ich anfangen oder du? Fang du an. Ich fang an. Also, wir starten. Ready? Ich hoffe, er ist schlecht. Ich hoffe, das ist dein Ernst jetzt. Ja. Wollte ich ausschauen. Hat er auch. Flach? Flach oder flach? Ja, okay. Ja, aber klar. Aber der war gemein, Karol. Der ist weg. Der taucht nicht mehr auf der Wand. So ist Leben. Hoch? Ja, das war hoch. Nächster. 1 gegen 1. Oh! Null. Der ist weg. Dann kommt die Hand nur raus, Alter. Jetzt, Karol. Rechtsfuß? Ja. Aber entspannt. Junge. Das wusste er. Hätte er einen Tipp gemacht. Hast du gesehen, Fabi? Ja? Mein Auge. Gut. Kommt jetzt auch wieder so ein gemeiner, oder? Auch wieder direkt. Aber Karol will keine Tore kriegen heute. Wie viel Arsch müssen wir schon sein. Jetzt der Volley. Jetzt das. Oh, macht er besser als ich. Ah! Habt ihr's nicht? 1 gegen 1. Letzter. Oh, die GoPro weg. Jetzt Karol. Oh! Karol! Ah! Ah, ich kann nicht. Der zerstört dich ja. Ich hab dir nur gehalten. Passt doch. Komm, jetzt sind wir warm. Ja. Jetzt kommt schon der zweite so. Hier! Oh! Ja! Richtig zum Traum! 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 Homerun! Oh nein! Ich zerstör hier die ganzen Sachen von Bayern. Zeht nicht. 1 gegen 1. Nein! Ok. 1 gegen 1. Ich nehme einen. Ver Arcane. Runde Mehri. Das ist so cool. . Ah, du schätzt echt nicht schlecht. Die Elf hat er. Ар. X. Nummer 3. 20 Meter. Das��ere ist wie Google drummer. Der ist scheiße! Weiter 1-1, Wolli. Ja, geht noch, geht noch, geht noch. Ja, schade. Und jetzt 1 gegen 1. Kannst die Führung einnehmen. Schön Karol, überragend. Oha! Der Karol, der am Anfang, vor dem Dreh, hat er gesagt, er ist müde, er kann gar nicht, er muss schlafen. Und jetzt holt er unsere Bälle alle raus. Jetzt geht's nicht, ey. Komm! Hey! Oh, Junge! 1-1, Wolli. Ah! Okay, 1 gegen 1. Okay, immerhin den gemacht. Jetzt hat Meri noch ein bisschen Druck, wenigstens. 2-1, Leute. Meri ist die Chance, das Ganze noch für sich zu entscheiden. Jetzt, Karol, komm. Ne? Wir brechen sie ab, Leute. Ja, ja, stell mal stark. Ist okay, passt auf, wer wirft den Ball? Ja, mach stark. 2-2 immer noch. Jetzt bin ich schon ein bisschen wärmer. Ja, schade. Oh, macht er gut, macht er gut. Okay, jetzt kannst du eins gegen eins entscheiden. Zwei, zwei steht's. Letzter Schuss. Letzter Karol, komm, ich bin einmal für dich. Oh, der geht vorbei. Boah. Wollt ihr dich auch noch mal? Geil. Perfekt. So, Leute, es steht zwei zu zwei zwischen Mary und mir. Jetzt ist die Entscheidung sozusagen zwischen Elfmeter und Sechzehner. Wenn Karol uns den Ball ein bisschen tricky rauswirft, und wir versuchen, ihn reinzuhauen. Wer als erstes nicht trifft, hat verloren. Soll ich wieder anfangen, oder bist du? Komm, ich fang mal an. Damit du ein bisschen Druck hast. Ja, ja, macht mir den Druck. Oh, den macht er gleich mal. Ja, war schön. Passt hin. Ja, aber da war mit Absicht. Sonst hätte es was für. Nee, ne, ne, wirklich nicht mit Absicht. Okay, Mary gewinnt das Ding. Die Kickbox gibt's jetzt bei uns als Duell. Ich gegen den Profi. Wir wechseln uns ab, einfach versuchen reinzulupfen. Wer früher trifft, gewinnt das Ganze. Das treffen manche Profis auch gar nicht. Naja, nicht mal nah dran. Hä, wie soll man da rein? Das geht gar nicht. Hä, das ist krass. Nee. Nein, da war nix. Da ist... Oh! Nein. Nein, das gibt's nicht, ey. Wie soll das gehen? Das geht nicht. Ja, ja, okay. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, ja, okay. Geht nicht. Wir haben doch grad aus drei Metern nicht mal einen Kasten. Leute, jetzt gibt's noch den Schlussgong mit Mary. Die Scheibe hängt schon im Tor. 25 Meter. Probier's. Da war doch ein Gong. Uh! Wird nix. Leute, die beiden Challenges sind vorbei. Mary hat die zweite noch gewonnen. Also, ein gerechtes Unschieben, oder? Passt das hin? Danke auch an Karol. Ja, ja. Hast recht dazu zu sagen. Aber dazu blende jetzt bitte nochmal den Elfmeter von Mary rein. Gut, das war's von uns. Abonniert gerne die Kickbox hier auf YouTube, damit ihr alle weiteren Videos nicht mehr verpasst. Dein Instagram-Account nochmal einfach meritanciabani. Das findet man schon, oder? Ja, meritanciabani findet man. Irgendwie findet man ihn. Und die Kickbox auf Instagram. Das war's von uns drei. Danke an euch. Und WKZK Rolf. Bis dahin. Ciao.